Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr persönlicher Ansprechpartner Ingolf Breuer beantwortet gerne alle Fragen zu dieser Immobilie und vereinbart mit Ihnen auch einen Besichtigungstermin. Sollten Sie eine eigene Immobilie verkaufen wollen, helfen wir Ihnen gern bei der Einwertung und Vermarktung zu einem attraktiven Kaufpreis. Das Angebot zur Immobilie sowie weitere interessante Links finden Sie in der Videobeschreibung. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, denn hier präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen.